Let's be human. I hungry, please help me. No fuck you. War das ja ein netter Mensch. Are you okay? Mike, no. Ja, ich glaub der schaut ganz gesund aus. Die haben beide das gleiche Auto. Grinshop. Shut up and take my money. Okay. Ja. Hey, ich will hier raus. Hauptsache, ich muss das Fenster von dem Shop kaputt machen, um da rauszukommen. Dad, please stop, you stupid beach. Beach heißt Schunt. I hate you. Kann man da hoch? Ich will mich da umbringen. Ne. 19 plus. Haha, fat black loser. Oh no, I have feelings too. Ja, shit, dein Müll in den Ozean. Schon okay. Wieso bin ich am Boden vom Meer? Und wieso schmeißt da jeder seinen Müll hin? Das ist gar kein Meer. What the fuck? Ähm. Ja. Im Meer kann man nämlich bergauf fahren mit dem Fahrrad. I don't see killer. Yes. Give me all of your money, arsehole. Ich bin gestorben. Okay, durchrushen. You stupid beach. Und fliegen. Scheiße. Ich will die Mülltonne nicht. Geh weg. Schmeiß da mal irgendwo anders hin. Nein, nein, nein. Oh. I'm leaving you because you don't have money. No, Anna, I love you. Oh, das ist eine bitch. Ich bin tot. Aber immerhin kriegt jemand besseres meine Hals. Wait and Raid. Ich wollte eigentlich während der Dinge ein paar Kommentare vorlesen. Das könnte ich auch gerade mal machen. Ich such die mir raus. Aber hey. Ich hab gar keine Kommentare. Ich muss nur schnell Account wechseln. Hier könnt ihr euch das ja währenddessen anschauen. Gut, dass das so gut funktioniert. Hey, das funktioniert sogar. Ähm. Hm. Mein Knall. So. Hier. Ich lese die Kommentare vor. Oder unten sieht man jetzt meine Leiste. Aber egal. Stinky Peter 666 schreibt zum letzten Video von Agario. Ja. Stinky Peter. Ja. Ich hab Danke zurückgeschrieben. Und er hat bitte immer wieder gern geschieben. Wow. Das war einfach so herzzerreißend. Der Klitoris hat ein Herz geschieben. Danke, Klitoris. Obso ja, das braucht 20. Achso, das sind Prozent. Hope GKs hat schon fast gewonnen geschieben. Ich weiß zwar nicht, auf was bezogen das ist, aber danke, GKs. Das war es auch schon mit den Kommentaren. Nice. Okay, das Level dauert ein bisschen lang. Das hätte ich nicht erwartet. Yay, wir sind am Ziel. Victory. Wow. Nur 150 Sekunden. Danke, dass du ungefähr die Hälfte von meiner Folge verbraucht hast. Basketball-Dunk 2. Hey, ich bin gegriffen. Nein. Hey. Ich kann den Ball nicht greifen. Egal. Backflip. Ich fliege über den Korb. Ich hab den Ball. Jetzt fliege ich bestimmt nicht mehr über den Korb. Aber ich schaffe ihn nicht rein. Komm, einmal noch. Und... Und... Das nenn ich mal Dank. Ich bin einfach tief in mir drin. Ein echter Basketballer. Machete-Kilse gehen. Ähm... Bitte hört auf. Achso, da stimmt Kill Me Last. Alter, können die Sounds mal bitte aufhören? Achso, das ist... Das sind... Oder? Kill Me Now, His Ass. Oh, Tastes Like Taco. Alter. Nein. Raus da. Diese Sounds, alter. Das wird jetzt bestimmt von YouTube gesperrt wegen sexuellen Inhalts. Jetzt... Nee. Ist mir zu dumm. Scheiß Sounds. Happy Wheels Park, Funny Pogo oder Orange Bock. Ich will irgendwie... Ähm... Achttausendprozenten posten mir gleich. Ich will... Äh, ich spiele mit Chatball. Nein, Chatball. Fuck. Äh, okay, da unten fliegen schon welche. Nein. Hey, ich bin Justin Bieber. Noop. Nein, nein, nein. Üff. Nein. Getting better. Das hoffe ich doch, Herrmann. Not bad. Au. What the fuck. Du hast Timmy's Beine abgehackt. Dafür bewährte ich dir jetzt null Sterne. Epic. PewDiePie. Ich bin PewDiePie. Wusste ich zwar nicht, aber... Das war zum Glück nicht laut. Fuck's sake. Okay, was ist Baby Kingdom? Jetfall? Optical Delusions? Das hört sich doch cool an. Voll crazy. Wow. Oh my god. Was ist... Nein. They are actually the same size. Which one is bigger? This. Okay, die sind leicht groß. Wenn das dran steht, dann sieht man es irgendwie. Aber der schaut dünkel aus. Was kommt jetzt? Cedar Grey Dogs. Ah, vorher das kenne ich. Da muss man auf die Mitte starren. Dann erscheinen hier außen rum, also immer in den Ecken, graue Punkte. Das ist witzig im Leben. Weird. Ja, man. Das ist echt ein bisschen komisch. Aber so komisch dann auch wieder nicht. Hm. Okay, das ist crazy. Bewegt sich das? Oder bewege ich mich? Ich weiß es nicht. Okay, das bewegt sich. Oder ich bewege mich? Keine Ahnung. Ähm. Okay. Okay, das ist keine Optical Illusion, aber okay. Please rate guys. Achievement unlocked. MLG Bro. Yay. Ich bin MLG Bro. Thanks for playing. No problem. Spike fall. Oh Gott. Das war so klar. Nein, nicht zu. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Ah. Nein, ich bin zu schnell. Gut, spring. Bisschen. Nein. Fuck. Oh. Nein, zu schnell. Oh, oh, oh. Nein. Das wird nix. Nein, das wird da schlecht nix. Das war super. Pogo Ninja. Nein. Can you survive? Das hört sich doch nett an. Oh, fuck. Ja, ich bin ready. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Weg da. Ah. Die f*** die Bombe weg. Ich bin so schlecht und sowas. Hey. Wo? Nimm die Bombe und wirf sie weg. Okay, ich habe anscheinend gewonnen. Das reicht mir. Landmode. Nein, das würde ich nicht machen. So, mir Apocalypse. Ich habe Bock auf einen Rope Swing. Warum gibt es das nirgends? Mag das keiner mehr? Spider Swing. Ist doch sowas ähnliches bestimmt. Hey. Achso, wegen Spider-Man. Nein, nein, nein. Ah, fuck. Weil das ist rot-blau so wie Spider-Man. Und deswegen heißt es Spider Swing. Das ist aber nicht gerade lang, das Level. Es geht nur drei Ropes lang und dann war's das. Achso, da muss man auch noch weit kommen. Aber hey, ich bin Chuck Norris. Und das steht über Gott. Haha. Ähm, machen wir mal noch Pink Parcours und dann würde ich sagen, das war's für heute. Parcours starts here. Welcome to Pink Parcours. Äh. 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 Nein. Äh. Alter. Ich bin... Ich schaff's nicht mal über das erste Hindernis. Boah, das ist aber auch nicht leicht. Hätte ich nicht gedacht, hör mal. Jetzt komm schon. Diesmal schaffst du's. Nein. Aber diesmal. Das Problem ist, wenn man springt, dann hat man schon verkackt. Man muss gleichmäßig fahren. Ja, so kann man nicht gleichmäßig fahren. Aber man darf auch nicht zu langsam fahren. Man muss relativ schnell und immer mittig auf den Platten aufkommen. Nein. Dein Pink Parcours ist gar nicht so cool. Nein. Hey. Wuh. Oh fuck. Oh fuck. Kommt jetzt noch ein Glass Break oder was? Jetzt... Bleib doch nicht stehen, du scheiß Glas. Ah, fuck you. Kein Bock auf ein Glass Break. Das dauert immer so ewig, bis man da mal durch ist. Ja, geil. Und dann kommt danach wieder genau das gleiche wieder vor. Nur ein bisschen Tiefe. Oh fuck. Okay, Leute. Das war's. Hier seht ihr nochmal schön den alten Walden. Und dann war's das für die Folge. Peace. Vergesst nicht zu abonnieren. Und bewertet den Part, wenn ihr mehr davon wollt. Bis dann.